Hallo und herzlich willkommen zurück zu Spintars Mudwarner mit dabei ist der Simo Freund 309 ja, 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 ja Toastbrot 02 seht ihr auch hier rechts oben in der Ecke ähm und ich bin gerade dabei bei unserem Freund aufzutanken vielen Dank was das auftanken gerne nur dazu muss er auch zu mir kommen ich hab mich auch getankt äh, hab ich dich auch getankt? ja hab ich mich nicht auch getankt eigentlich wollte ich ja mit auftanken nicht holl hallo oder sie heißt probieren wir noch egal jetzt nicht alles zu wenigstens in der Zwischenzeit unter meinen Kran kommt Moment, ich fahre dir nicht in meine Seite. Mit R kann man das drehen, ne? Ja, ich brauche die andere Seite, also mit Leertaste. Alter. Alter. Guck mal 4 jetzt. Ja, passt doch. Aber man muss mich voll machen. Nein. Oh. Während du mich voll lässt, kann ich ja den B131 von der Werthertier hinbringen. Und zwar mit den Tankwagen brauchen wir nicht. Oder soll ich den großen Tankwagen da hinten hinbringen? Wo hinten? Hier hinten, zu uns, zum Neuplatz. 3200 Liter. Boah. Damit kannst du ja alles machen, ey. Ja. Ja. Ja, kannst du mal machen. Nein. Ich komme nur nicht mit der Steuerung klar. Wenn man einmal LS 17 und 15 gespielt hat, dann kommt man mit dieser Kack-Steuerung hier nicht klar. Das ist sehr gewöhnungsbedürftig. Das stimmt schon. So. Wo ist denn die nächste Tank? Ach, die ist ja sofort da hinten. Dann, ähm, gucken wir mal, dass wir so halbwegs überkommen. Russische Kraftstoff? Ähm. Ja. Weil du gerade ausgestiegen bist. Ja. Dann ist ja dein Fahrzeug jetzt ausgegraut, ne? Ja. Und ich wollte nur mal mitteilen, dass jetzt, ähm, der Stamm da durchgefallen ist. Das ist doch wohl welcher Scherz. Das ist leider kein Scherz. Ähm, da muss ich wohl wiederkommen, ne? Mhm. Erstmal hier voll kacken. 30000 Liter. Brüli ist online. Schön für den. Bin wir da. I see's. auch es ist stört wie unsere Geschäfte da hast du es erkannt man gucken wie sie in Kuhn die Uhr noch jeden Tag Mann Mann ja die geht Prozent die Kunden du hast du mal ruhig deine Zuschauer im Stich ja nun er ist immer interessant die Uhr von einem Videorekorder ich habe die Formel auf vier Stunden gestellt die geht jetzt mehr drei Sekunden nach dann ist das eine sehr schlechte Uhr ich die Meister bei Fischer beschweren dass ihr Videorekorder der Vorhaben was ist 480 oder das die Uhr geht viel zu viel daneben das geht nicht lieber Fischer was ist das was ist das geiler Fischer Studio Standard Videorekorder FVH P905K kauft ihn euch nicht auch wenn er geil aussieht die Uhr geht alle alle vier Stunden geht die Uhr drei Sekunden nach ja das waren nützliche Verbrauchertipps jetzt brauchen wir ein fucking Impressum geil du bist echt dumm wieso weil wir jetzt ein fucking Impressum brauchen wieso es war ein journalistischer Beitrag nein Impressum wir Prozent sie wurden neun tosbrot 0 2 wir bereuen nichts Ende Ende aus vorbei du seltsamerweise sind die Bombenstimme hier drauf aber ausgegraut ich weiß nicht was zu sagen ich hoffe mal nicht weil wenn ja dann sind wir die zentgekriegt dann kann ich nämlich gar kein holz transportieren boah ist der teil schwer du kippst sehr stark deswegen das fucking teil ist so schwer du kannst auch zwei stelle gleichzeitig nein ja das kann ich aber die passen hiermit nicht drauf bei mir ist der erste runtergefallen also am kran reifer davon nicht groß genug ist was ich auch total scheiße finde also können allgemein schon mal sagen der multiplayer hat noch ein paar versorung ist möglichkeiten ich verstehe persönlich am meisten nicht warum man nicht jedes fahrzeug einsteigen kann ja das ist einfacher zu programmieren als zu sagen nee der darf nur in das fahrzeug einsteigen und man kann den krann am nicht oben an hier beim einmal ist das für einer sie ist jetzt nicht Naja ich weiß um die Uhr 11 Sekunden nachgeht 3 Sekunden nachgeht wegen dem Stromproblem vorhin da ist die Uhr 11 Sekunden stehen geblieben das erklärt uns Tja und ich sende die Uhr in diesem Scheißzimmer auf die Sekunde genau gleichzeitig alle gleichzeitig auf die nächste Zeit aber nein der Mehrverstecker muss ja mal kaputt gehen muss morgen wieder fünf Kletterschlagen so auslassen oh Schlägertyp na gut sie fangen hier an sagen wir so oder einfach dich schlagen was damit wie fährst wenn du einfach eins auf der Fresse bekommst nee das finde ich doof das mach ich nicht ja nein dann geht auch zu Netto hallo mein Schwestern wenn ich zu dir sage na nee auch zu Netto dann ist die voll am ausrasten dann sagt jemand nein ich geh zu alt die die fängt an zu heulen die tritt um sich meist hast du noch viel Schränke ja ich hab's einmal gemacht danach nie wieder der Baumstamm ist nicht richtig drin er guckt oben so ein bisschen raus ich hab's bemerkt weißt du was Kupplung schnellen lassen dann müsste der nicht runterrutschen ne ja und selbst wenn das ist ja nicht mein Problem da versteh ich die Eltern nicht ich versuch den jetzt mal durch Baumstammkraft ja gut ich hab's aufgegeben mit der Baumstammkraft passt das so? hey boah bin ich eigentlich voll oder? ja ich würde jetzt sagen ja ganz pauschal pauschalreisen sind scheiße das hat man schon durch VVs herausgefunden ja warte noch wieder Färbung soll ich jetzt fahren oder was machst du da? ich versuch's jetzt hier das fertig zu machen ach so ich bin noch gar nicht voll doch eigentlich schon mach dann du da nein Profis am Berg das ist fucking gefährlich das ist fucking gefährlich bing 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 b ich krieg ja ja auch noch ein paar mit erfahren wir gemeinsam du kannst aber schon mal umdrehen also so richtung straße richtung zivilisation die die Bomben hier fällt alle runter nicht dein ernst das Spiel ist einfach seltsam sie sind alle verschwunden die beide fünf Stück die Spuren manchmal frage ich nicht alle sind die Spuren wenn ich gern fucking ernst ich wollte den Tanker von der Hände ja okay schön ich weiß ja nicht was du mit dies von Mainz aber bei mir hängen die noch alle mitten in der Luft rum bei mir sind alle weg sie nicht mehr bei mir warte mal komm mal zurück komm mal zurück zu deinem Wagen hier koppel mal deinen Anhänger ab abkuppeln ja es es ist doch kacke kannst du da ankuppeln wie kann man den ankuppeln hübsch 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 mit dem Kran kann man nicht arbeiten der funktioniert nicht versuch doch mal einfach die Klassenkombination einfach zurück zu setzen oder so denn auf meinem Anhänger da passt nichts drauf ohne dass was runterfällt außer halt jetzt der eine war beim maß mit dem ein kann es aber nicht abladen das ist doch schon klar ne ja es geht nein das hier wird doch nicht es ihr wollt mich doch hier die Stützen du stehst mir gerade so ein bisschen im Weg was machst du gerade eigentlich ich fahre einen anderen eben zurück zur Werkstatt und dann versuchen da normalen Anhänger dran zu setzen für Räume und dann also ich hab's jetzt irgendwie rausgefunden kannst du in den LKW steigen der oben jetzt an der Tankstelle steht an der oberen Tankstelle der oberen Tank bei der neuen Werkstatt negativ das ist doch scheiße der oberen Tankstelle der oberen Tankstelle war macht er in den bing-ping-ping-pong bong 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 bing 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 bong nach jahren was die die Welt ne echt schlechte in die Kamera nicht drehen doch indem man einfach nach hinten und und ich bin nicht gut ich sollte in was heißt den zweiten zu schalten Automatik schön dass selber merkt das also sagen die Schäden hier ist wichtig ist er hat es sehr recht fix so 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 so